Heute ist ja irgendwie alles digital, sogar Einkaufskörbe. Christoph, sag uns mal, was es bei Wanzl alles gibt in Sachen Einkaufskörbe digital. Du hast absolut recht. Mehr Kunden wollen immer mehr digitale Lösungen. Und somit haben wir uns gedacht, das wollen wir unseren Kunden auch heute auf der Euroshop zeigen. Hier haben wir einen Basiskorb mit einem Griff und wir haben als zusätzliches Bauteil ein Display integriert, inklusive einer Scannereinheit. So können wir ganz einfach Produkte scannen, während wir durch den Laden laufen und auch mit dem Produkt bezahlen. Okay, aber dann habt ihr natürlich auch noch einen Standardkorb, oder? Absolut richtig. Hier haben wir den Standardkorb natürlich für die preisbewussten Kunden gedacht. Und wenn wir dieses Thema weiterdenken mit der Digitalisierung, wollen wir auch die Scan-and-go-Apps von unseren Kunden einfach pushen. Und dementsprechend kommen wir hier auf diese Seite. Wir möchten den Kunden einen Smartphone-Halter anbieten, mit dem sie dann eben Scan-and-go betreiben können. Ich werde jetzt dir kurz zeigen, wie man das benutzt. Das heißt, der scannt dann durch die Löcher da? Absolut richtig, genau. Perfekt. Und da hat man natürlich dann auch, wenn man das neue Handy hat, gleich wieder die Möglichkeit, den anzustecken. Weil die Halterung geht wahrscheinlich für alle Smartphones. Genau, so ist das. Perfekt. Vielen Dank, Christoph. Das waren also die smarten Einkaufskörbe von Wanzl. Vielen Dank, Christoph.